So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Rolf vom Kanal Feedboxer, auch genannt der eine, aber jemand, den habe ich von der Mülltonne gerettet, finde ich cool, das Ding, der macht immer schön Theater. Und zwar geht es darum, ich habe 250 Videos im Internet und da fragen die Leute immer, macht doch mal dies, macht doch mal jenes. Ich habe das alles schon gemacht, ich habe 51 Jahre Erfahrung und deswegen würde ich sagen, hier mal ein paar Ausschnitte, guckt euch diese ganzen Geschichten mal an, weil nur die harten kommen in den Garten. Also immer noch acht, denn schiebt Ahne den Fuß nach links rüber, will der ran, will Haken schlagen, die kleineren Männer immer weghalten und die urbanen, die auf den Boden sind, die an den Wäldern sind. schützen, wenn wir dran sind, weil das macht böse Auer und das ist nicht wie beim Schlachter, darf es auch 100 Gramm mehr Leber sein, ein auf die Leber und dann geht ihr runter und dann wollt ihr gar nichts mehr. Ich mache ja noch mal frei Beet, probieren alles hier dran, weil wir hier diesen geilen Sandsack-Kran. Soviel Versuch haben wir da schon. Ich höre immer wieder Aua Baby, meine Hände tun weh. Ihr müsst euch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das dauert bis sich das alles stabilisiert und die Knochen und alles härter werden. Ich höre immer wieder. 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 so leute habt ihr euch die ganze geschichte mal angeguckt wie gesagt eine ganze menge scrollt da ein bisschen runter sucht mal da findet ihr auch das pattene ich habe die videos selber gemacht selber gesehen und habe 51 jahre erfahrung und sehen uns beim nächsten mal ist ein euro von kanal kickboxen schau und dann bin ich wieder fit im schritt